Kapitel 10 Das Kleid war rot, Mom hatte es seit Jahren nicht getragen, was einer der Gründe war, weshalb ich es ausgesucht hatte. Hale kürzte die langen Spitzenärmel bis hoch zum Ellbogen und entfernte ein paar Stofflagen des Untergewands, damit es nicht mehr so üppig wirkte. Die Änderungen waren in der Tat irreversibel, zeugten aber von so viel Geschmack, dass Mom, sollte sie es schließlich doch noch zurückhaben wollen, vermutlich begeistert sein würde. Eloise half mir bei meiner Frisur Zöpfe, die am Hinterkopf zu einem schlichten Knoten verschlungen waren, was überaus schick aussah. Dazu entschied ich mich für ein Diadem mit Rubinen, mit dem mein Kopf aussah, als würde er in Flammen stehen. Ich war wirklich wunderschön und unendlich dankbar für all die helfenden Hände, die mich in jemanden verwandelt hatten, den man ruhig mit wichtigen Entscheidungen zum Wohle des Landes betrauen konnte. Mein Aufzug kam mir recht erwachsen vor, erwachsener als ich mich fühlte, aber wahrscheinlich kam es dem Alter näher, dem gemäß ich mich verhalten sollte. Seufzend machte ich meinen Frieden mit dem Kleid. Das war nun also erstmal mein neues Ich. Im Studio zupfte ich gerade an den Säumen herum, als Josie auf mich zukam. Das Kleid ist ein Traum, lobte sie mich und konnte ihre Finger nicht von dem Satin schrauf lassen. Ich fummelte weiter an den Nähten. Es gehört meiner Mutter. Tut mir übrigens sehr leid, was mit ihr passiert ist, sagte sie leise. Ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Ich schluckte. Danke, Josie. Das weiß ich zu schätzen. Jetzt, wo gerade alles so furchtbar ernst ist, wäre es doch vielleicht eine gute Idee, eine Party zu geben. Ich schnaubte. Ich habe wirklich genug anderes um die Ohren, vielleicht, wenn sich alles wieder beruhigt hat. Ich kann sie gern für dich planen. Ich spreche mit den Partinerinnen und wir könnten innerhalb einer Woche etwas auf die Beine stellen. Ich warte mich vom Spiegel ab. Wie ich schon sagte, vielleicht demnächst, aber nicht jetzt. Ich entfernte mich und versuchte, mich auf meinen Auftritt zu konzentrieren. Beharrlich folgte Josie mir das Studio. Aber warum denn nicht? Du hast doch allen Grund zum Feiern. Ich meine, du bist doch jetzt quasi Königin, von daher... Wütend wöbelte ich zu ihr herum. Ich bin nicht die Königin. Diesen Titel trägt meine Mutter, die beinahe gestorben wäre. Dass du diese Tatsache so leichtfertig abtust, entwertet das Mitgefühl, das du eben noch gezeigt hast. Was genau kapierst du eigentlich nicht, Josie? Glaubst du wirklich, in dieser Position dreht sich alles um Kleider und Galas? Bestürzt stand sie da und blickte sich um. Wahrscheinlich, um festzustellen, ob jemand unseren Wortwechsel verfolgte. Ich hatte gar nicht die Absicht, sie zu demütigen. Irgendwie verstand ich sie sogar. Höchstwahrscheinlich hatte es mir selbst auch einmal riesengroße Freude bereitet, Gästelisten zu erstellen. Und vermutlich hatte ich damals genau wie sie geglaubt, alles drehe sich nur um Kleider und Galas. Ich seufzte. Ich möchte dich nicht kränken, Josie. Aber es wäre unangemessen, eine Party zu geben, während meine Mutter sich noch von einem Herzinfarkt erholt. Was ich heute Abend gut gebrauchen könnte, wäre ein gewisses Maß an Verständnis von deiner Seite. Was vielleicht angesichts unseres Verhältnisses zu viel verlangt ist. Aber damit ich nicht durchdrehe, pflege ich dich an, zumindest zu versuchen, dich in meine Lage zu versetzen. Genau das tue ich seit jeher, schmolgte sie. Aber das interessiert dich natürlich nicht, wenn es dir gerade in den Kram passt. Am liebsten hätte ich ihr den Kopf abgerissen. Welchen Teil meines momentanen Lebens hielt sie bitte schön für angenehm? Egal, ich musste mich jetzt mit der bevorstehenden Sendung beschäftigen. Entschuldigen Sie bitte, rief ich zu einer Dienerin. Geleiten Sie Miss Josie bitte auf Ihr Zimmer. Ihr Verhalten heute Abend bringt mich aus dem Konzept und ich muss mich konzentrieren. Ja, Eure Hoheit. Fröhlich und willens, diese Aufgabe zu erfüllen, wandte sich die Dienerin Josie zu. Unsere persönlichen Probleme kümmerten sie nicht. Ich hasse dich, schnappte Josie verärgert. Ich zeigte zur Tür. Schön, und das kannst du von deinem Zimmer aus genauso gut tun wie hier. Ohne abzuwarten, ob sie gehorchte, ging ich zu meinem Platz. Die Sessel auf dem Podium waren völlig neu angeordnet. Die Elite auf der einen Seite und ein einzelner Sessel auf der anderen. Während ich noch auf den einsamen Trauerweg im Sessel schaute, schlängelte sich Kalti mit durch. Was war denn eben los mit dir und Josie? Ich lächelte und schlug die Augen nieder. Nichts, mein Liebster. Ich bezweifelte nur gerade ernsthaft daran, ob ich sie gern zur Schwägerin hätte. Dafür ist es immer noch zu früh. Ich schlachte. Nein, wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Und irgendwie fühle ich mich mies, weil ich sie eigentlich verstehen kann. Ich wünschte nur, sie könnte auch mich verstehen. Das dürfte Josie schwerfallen. Sie sieht nur sich selbst. Aber sag mal, hast du eine Ahnung, wo Garnow steckt? Ich schlug dir die Sturm. Er ist heute Nachmittag abgereist. Hat er sich nicht verabschiedet? Kyle schüttelte den Kopf. Ich ging hinüber zu den anderen Jungs, die sich alle etwas aufrechter hinsetzten, als ich mich näherte. Hat sich Garnow von einem von ihnen verabschiedet? Verwirrt schüttelten sie den Kopf. Nur Fox räusperte sich. Er war kurz bei mir. Er ist wohl ein bisschen sentimental und kein Freund verlangen Abschieden. Er meinte nur, dass es sei nicht das Richtige für ihn und dass er ihre Erlaubnis hätte abzureißen. Die hatte er. Wir sind im Guten auseinandergegangen. Fox nickte. Ich glaube, er fürchtete, dass sein Entschluss hätte ins Wanken geraten können, wenn er sich nicht so... Wenn er sich nicht sofort auf den Weg gemacht hätte. Ich soll euch allen sagen, wie sehr er euch vermissen wird. Er lächelte. Ein echt nütter Kerl. In der Tat. Aber bitte nehmen Sie sich folgendes Herzen. Sagte ich und schaute die Mitglieder der Elite der Reihe nach an. Hier geht es auch um Ihre Zukunft. Bitte bleiben Sie nicht für etwas, mit dem Sie dann später vielleicht gar nicht zurechtkommen. Kyle nickte. Er wirkte plötzlich sehr nachdenklich. Hale schenkte mir ein strahlendes Lächeln. Irgendwas so ungerührt wie immer und Henry lauschte Erics Übersetzung und sah verwirrt aus. Sehr wahrscheinlich würde ich den Rest des Abends damit verbringen, Ihre Minen zu interpretieren. Aber jetzt mussten wir erstmal eine Show abziehen. Hale, flüsterte ich und zeigte auf mein Kleid. Danke. Wunderschön, formte er mit den Lippen. Ich wusste, er meinte es ernst. Und ich gab mir Mühe, besonders aufrecht zu sitzen. Ich wollte diesem Kleid heute Abend gerecht werden. Die Kameras gingen auf Sendung und ich begrüßte das Land so offen und herzlich ich konnte. Guten Abend, Ilea. Als erstes möchte ich Ihnen das mitteilen, was Sie bestimmt am meisten interessiert. Meine Mutter geht es besser. Sie ist in ihren eigenen Gemälder zurückgekehrt, wo sie sich erholt. Mein Vater ist bei ihr. Ich versuchte nicht länger darüber nachzudenken, wie ich stand oder was ich mit den Händen tun sollte. Stattdessen dachte ich an meine Eltern, die zweifellos den Bericht verfolgten. Im Pyjama und bei einem von den Ärzten abgesegneten Imbiss. Bei der Vorstellung musste ich lächeln. Wir alle wissen, wie eng die beiden miteinander verbunden sind. Daher ist es nur verständlich, dass mein Vater bis auf Weiteres an ihrer Seite bleiben will. Und doch ist es mir nicht leicht gefallen, in die Rolle meines Vaters zu schlüpfen. Mein Bruder Aaron, nunmehr Prinzgemahl von Frankreich, ist ebenfalls ein Beweis für die große Macht der Liebe. Soweit ich weiß, hat er sich bereits mit seiner neuen Position angefreundet und ist glücklich, darüber verheiratet zu sein. Wieder überkam mich ein Lächeln. Mich überrascht das alles nicht. Während der letzten Jahre ist seine Zuneigung zu Prinzessin Camille weiter gewachsen. Der großen Entfernung zum Trotz. Daher vermag ich mir sein Glück, nun ständig an seiner Seite sein zu können, kaum auszumalen. Was unser Land betrifft, an der Stelle musste ich leider einen Blick auf meine Karteikarten werfen, so sind die Unruhen, die wir in letzter Zeit erlebt haben, während der vergangenen Woche stark abgeflaut. Das entsprach zwar vollkommen der Wahrheit, doch was meine eigene Unruhe betraf, so hätte mir beim Sprechen eigentlich eine lange Nase wachsen müssen. Wenn man bedenkt, wie intensiv sich mein Vater in anderen Ländern als Friedenstifter engagiert hat, freut es mich umso mehr, dass nun auch in Iläa friedlichere Zeiten angebrochen sind. Ich brachte alles wie vorgesehen zur Sprache. Den Haushaltsentwurf, den baldigen Beginn der Ölbohrungen und den Wechsel im Kabinett, worüber ein paar Leute im Studio die Stürme runzelten. Als ich mit allem durch war, suchte ich unter den Zuschauern nach ein paar für mich wichtigen Gesichter. Lady Price nickte mir mit großer Geste zu, genau wie General Liga. Grandma war in meiner Ausführungen wohl zu lange. Sie rutschte ungeduldig auf ihrem Stuhl herum und blieb wahrscheinlich nur, um den Auftritt meiner Bewerber nicht zu verpassen. Und direkt neben dem Podium stand Eric und lächelte mir erfreut zu. Eure Hoheit! Gabriel verbeugte sich. Darf ich Ihnen sagen, dass Sie in Anbetracht der Umstände, unter denen Sie mit dieser Position betraut worden sind, Ihre Rolle ganz fantastisch ausfüllen? Vielen Dank, Sir. Ich hatte keine Ahnung, ob Gäfril es ehrlich meinte, aber wenn er es laut sagte, würden sich andere dieser Meinung vielleicht anschließen. Natürlich fragt man sich, ob Sie bei diesem Tempo überhaupt noch Zeit für unsere fünf Herren hier haben. Er nickte mit dem Kopf in Richtung Geliete. Ein wenig. Tatsächlich? Und möchten Sie uns etwas mitteilen? Gäfrils Augenbrauen woben und senkten sich und mir wurde wieder einmal klar, dass er vor der Kamera ein völlig anderer Mensch war als abseits davon. Unterhaltung war sein Job. Da konnte ihm kaum jemand das Wasser reichen. Ja, aber ich werde heute mal keine Namen nennen, um die Sache ein wenig interessanter zu machen. Wie meinen Sie das? Zum Beispiel sage ich, ein Mitglied der Elite hat uns heute verlassen. Natürlich würde dieses Rätsel innerhalb von Sekunden gelöst werden. Und so viel kann ich über den ausgeschiedenen Bewerber sagen. Er ist in guter Stimmung und als mein Freund abgereist. Aha, ich verstehe, sagte Gäfril. Gefällt mir. Gerne mehr davon. Ein anderes Mitglied der Elite hat mir heute ein Geschenk aus einem wertvollen Metall gemacht. Ach, die liebe Zeit. Gäfrils Blick fiel natürlich sofort auf meine Hände. Ich schob sie hoch und in die Kamera damit. Alle Welt sehen konnte, dass ich keinen Ring trug. Nein, die Rede ist nicht von Gold. Die Rede ist von Stahl. Er hat mir eine Stecknadel geschenkt. Aber ich schwöre Ihnen, es war ein ganz besonderer Moment. Im Publikum und von den Mitgliedern der Elite war lachend zu hören. Hoffentlich kam es im Fernsehen genauso charmant rüber, wie ich selbst es auch empfunden hatte. Bitte sagen Sie, dass Sie noch etwas für uns haben, flehte Gäfril. Na gut, eins noch, stimmte ich zu. Vor kurzem hat mir ein Mitglied der Elite mitgeteilt, es sei definitiv nicht in mich verliebt. Und ich habe ihm geantwortet, mir gehe es mit ihm genauso. Gäfril riss die Augen auf. War das vielleicht der junge Mann, der uns verlassen hat? Nein. Und das ist ja gerade das Verrückte daran. Wir sind nicht ineinander verliebt und trotzdem haben wir nicht den Wunsch, uns zu trennen. Da haben Sie es. Ich zuckte kokett mit den Schultern. Und als ich das Läufz und Lachen im Studio hörte, lächelte ich. Ich bin sicher, ein Großteil der Bevölkerung wird vor lauter Frübelei darüber, von wem Sie wohl sprechen, heute Abend gar nicht in den Schlaf kommen. Deshalb wäre es schön, wenn Sie noch etwas Konkretes für uns hätten. Vielleicht sollten Sie sich dafür an den Gentleman wenden. Gut, dann machen wir das doch. Ich darf also diese gut aussehenden jungen Herren befragen? Ich bitte darum, erwiderte ich lächelnd, froh, einen Moment nicht im berammten Licht zu stehen. Alles klar, dann fange ich gleich mit Ihnen an, Sir Fox. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, Sir. Danke. Fox straffte die Schultern und lächelte. Uns allen ist klar, welchem Druck die Prinzessin in letzter Zeit ausgesetzt war. Sie hat so viele Termine, dass sicher kaum Zeit für Verabredungen und auf ihr Augen blieb, sagte Gäfril liebenswürdig. Ganz wichtig, ich fand es auch vorher schon beeindruckend, wie viel Prinzessin Edlin gearbeitet hat. Und jetzt hat sie sich noch mehr aufgeladen. Davor habe ich allergrößten Respekt. Ich neigte den Kopf und mir wurde warm ums Herz. Allergrößter Respekt? Das war sofort ein freundlicher Gedanke. Gäfril nickte zustimmend. Können Sie uns denn trotzdem von einer Begegnung mit der Prinzessin berichten, die für Sie eine besondere Bedeutung hatte? Sofort erschien ein Lächeln auf Fox' Gesicht. Ich glaube, der besäutsamste Moment in unserer Beziehung war der nach dem gemeinsamen Kochabend, als Sir Burke abreißen musste. Prinzessin Edlin kam zu mir und wir haben uns unterhalten. Sie hat mir ehrlich gesagt, was sie von mir erwartet. Und sie hat mir zugehört. Ich glaube, das ist eine Seite an ihr, die bisher nur wenige Menschen kennenlernen durften. Schließlich kann die Prinzessin nicht von Tür zu Tür gehen und jedem eine Stunde ihre Zeit schenken. Aber wenn sie bei einem ist, dann ist sie es mit Leib und Seele. Sie nimmt wirklich wahr, was man sagt. Ich erinnerte mich noch wärmstens an das Gespräch mit Fox. Allerdings waren mir offenbar entgangen, wie viel es ihm bedeutet hatte. Er schien der Erinnerung daran, wie einen Schatz zu hüten. Kyle lobt die Hand. Dem möchte ich zustimmen. Jeder weiß, dass Ed, äh, die Prinzessin und ich uns in letzter Zeit angefreundet haben. Und seitdem hat sie sich viele meiner Sorgen und Sehnsüchte angehört. Was denn zum Beispiel? Er munterte ihn Käffel. Kyle wog den Kopf. Vielleicht klingt es nicht gerade aufregend. Aber ich habe ein großes Faible für Architektur. Und die Prinzessin hat sich tatsächlich mit mir hingesetzt und sich meine Skizzen angeschaut. Er hob einen Finger, als fiel ihm plötzlich etwas ein. Zugegeben, wir hatten ein bisschen Wein getrunken und sicher fand sie es recht öde. Aber trotzdem. Alle schmunzelten und ich lächelte Kyle an. Er wirkte ganz locker und natürlich vor der Kamera. Und immer sagte er so wundervolle Sachen. Es war richtig gewesen, ihm von meinen Gefühlen zu erzählen. Käffel nutzte die positive Stimmung und ging an Henry vorbei zu Ian. Dass er Henry ausschloss, gefiel mir ganz und gar nicht. Aber er verfolgte offenbar einen Plan. Sir Ian, Sie sind wahrscheinlich der Stillste der Herren. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ian sah so cool aus wie immer. Ja, ich bin ein Mann weniger Worte, stimmte er zu. Aber ich möchte sagen, dass die Prinzessin überaus wohlüberlegt handelt. Obwohl wir mittlerweile nur zu fünft sind, war keine der Entlassungen leichtfertig. Dadurch, dass ich meine übrigen Mitstreiter jetzt besser kennenlerne, verstehe ich, wie viel Mühe es sich Prinzessin Edlin gegeben hat, um die bestmögliche Wahl für sich und ihr Volk zu treffen. Was die Kameras nicht einfangen konnten, war die Stimmung im Herrensalon, als Prinzessin Edlin die jüngsten Massenentlassungen verkündete. Da war kein Hauch von Feindseligkeit zu spüren. Sie ist uns gegenüber so großherzig gewesen, dass es schlichtweg unmöglich war, sich zu ärgern. Die entschlossenen Bewerber sind alle zufrieden abgereist. Gelfrill nickte. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, Sir Ian? Immerhin haben Sie es unter die Top 5 geschafft. Ich stehe Ihrer Hoheit zur Verfügung, sagte Ian auf seine übliche geschmeidige Art. Eine bessere Frau könnte niemand von uns für sich gewinnen. Deshalb hat sie verständlicherweise auch sehr hohe Ansprüche. Hier geht es nicht um Ihre Beurteilung meiner Gewinnchancen. Es geht um Ihre Präferenzen. Und da müssen wir alle abwarten. So viel hatte ich Ian noch nie auf einmal sagen hören. Aber ich fühlte mich ihm gegenüber sofort zu Dank verpflichtet. Obwohl wir uns darauf verständigt hatten, dass unsere Beziehung gänzlich unromantischer Natur war, sei denn noch so viel Gutes in mir. Oder aber, er war ein begnadeter Schauspieler. Sehr interessant. Und wie steht es mit Ihnen, Sir Hale? Wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie die allererste Verabredung mit der Prinzessin. Wie geht es Ihnen jetzt gerade? Ich bin glücklich, erwiderte Hale herzlich. Ich bin damit aufgewachsen, die Prinzessin bei Festumzügen im Fernsehen oder in Zeitschriften zu sehen. Er machte eine Geste in meine Richtung. Sie ist so wunderschön, dass es einem fast Angst macht. Und sie hat diesen Blick, der einen in die Knie zwingen kann, wenn die danach ist. Seine Worte verletzten mich ein klein wenig, doch sie waren absolut zutreffend. Ich konnte mir das Lächeln also nicht verkneifen. Aber sie kann auch sehr lustig sein, fuhr Hale fort. Ich habe mit ihr zu Abend gegessen und sie so sehr zum Lachen gebracht, dass sie pusten musste und ihren Bein über den ganzen Tisch verteilte. Hale! rief ich entrüstet. Er ob die Schultern. Eines Tages findet es ohnehin jemand heraus. Da können sie es auch gleich allen erzählen. Ich schlug die Hände vors Gesicht und fragte mich, was Mama und Dad von all dem halten würden. Was ich damit meine, alles was wir über Prinzessin Aetlen gesagt haben, ist wahr. Sie ist taff, sie ist eine Führungspersönlichkeit. Und ja, ich bin davon überzeugt, wenn sie ihre Augen als Flammenwerfer nutzen wollte, könnte sie das tun. Jetzt lachte das ganze Studio. Aber sie ist auch eine sehr gute Zuhörerin, zugewandt und kann lachen. Ich meine, so richtig schallend lachen. Vermutlich wird diese Seite nicht jeder an ihr erleben. Deshalb kann ich mich glücklich schätzen, dass es mir vergönnt war. Der ganze Beitrag war eine fantastische Würdigung meiner Qualitäten. Insgeheim fragte ich mich, ob die Jungs vor der Sennung gecoacht worden waren. Denn ja, dann war ich dem, der sich das ausgedacht hatte, zu unglaublichen Dank verpflichtet. Als die Kameras abgeschaltet wurden, ging ich hinüber zu Gäffel. Vielen Dank. Sie waren heute Abend wirklich hervorragend. Ich bin immer auf ihrer Seite gewesen und werde es auch immer sein. Er zwinkerte mir zu und ging dann seiner Wege. Ich sah, wie sich der Zuschauerraum langsam lehrte und stand einen Moment lang voller Stolz da. Ich hatte es geschafft und zwar fast ohne Hilfe. Die Elite war großartig gewesen. Netter, als ich je gedacht habe oder es mir erhofft hätte. Mom und Dad würden zufrieden sein. Gut gemacht. Keil schlang einen Arm um mich. Dein erster Solo-Bericht ist im Kasten. Ich habe ernsthaft geglaubt, der heutige Abend würde eine Katastrophe werden. Aber sieh mich an, sagte ich und hüpfte ein Stück zur Seite und breitete die Arme aus. Ich bin noch heil. Schmutzut kam hell zu uns. Haben Sie etwa geglaubt, dass Scholz würde das Studio stürmen und sie in der Luft zerreißen? Man kann nie wissen. Fox lachte und Ehrenstand stummt daneben und lächelte. Ich war ihnen undenkend endlich dankbar. Hätte ich gewusst, wie ich es ausdrücken sollte, hätte ich sie mit überschwänglichem Lob überschüttet. Abendessen? Fragte Fox und die Jungs nickten. Ich hörte, wie Henry aufgeregt stets dasselbe Wort wiederholte. Ich vermutete, er freute sich aufs Essen. Gemeinsam machten wir uns alle auf den Weg zum Speisesaal. Wir beten, dass wir uns alle auf der Weg zum Speisesaal stetschen. Wäre das auch bei ihm? Ich vermute, wie wir uns alle auf die Seite einschränkte, dass wir uns alle auf die Seite bestellen. Vielen Dank.